Deutschland, heute mal in meinem Heimatdialekt. Morsche, ihr Lieben, ich habe gehört, dass der Bürgermeister Schmutz von Ladeburg sich gegen ein Konzert von mir ausspricht in Ladeburg. Und damit wollte ich eigentlich nur sagen, damit bestätigt sich dementsprechend, dass die SPD Richtung Faschismus tendiert. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein SPD-Mann ist. Manchmal steht es parteiunabhängig. Aber Bürgermeister Schmutz aus Ladeburg, ich weiß nicht. Ich finde es faschistoid, wenn man sagt, jemand darf nicht auftreten irgendwo. Denkt man drüber noch? Also, übrigens, Herr Bürgermeister, ich büge nicht mehr. Macht euch einen Scheiß doch allein, gebt mein Geld wieder her. Ciao, ciao.